liebe leute wir wollen mal wieder was von euch wissen und zwar wollen wir diesmal von euch wissen was ihr im durch oder mit dem internet gelernt habt einfach zwei drei sätze vier wie auch immer ich habe im internet gelernt dass oder durch das internet ist mir klar geworden dass einfach eure erlebnisse erkenntnisse was ihr so gelernt habt hier unten also auf youtube sofern ihr das jetzt auf youtube guckt hier unten auf antworten klicken und ein entsprechendes video hochladen bzw aufnehmen und dadurch habt ihr wie immer die unfassbare sensationelle chance mit eurem video im elektrischen reporter aufzutauchen wir freuen uns auf euch